Oh nein! Oh du Spacken! Scheiße! Und jetzt dreh dich um und lauf! Hier kann man leider nicht laufen. Oh. Warum ist die eine Batterie, die da war? Warum konnte ich die jetzt nicht? Esse ich auch nicht. Danke! Okay. Ja, sag mal, er steht jetzt da. Ja, beide stehen da. Der eine soll reinkommen und dann laufen wir geradeaus durch. Genau, okay. Irgendwie... Ich hab schon wieder verloren. Bist du bereit? Warte! Jetzt! Das Treppenhaus ist rechts, ne? Hast du das gesehen? Hä? Aber ich kam doch von hier. Ja, aber das war trotzdem das Schild da. Bestimmt nur für Verwirrung. Schieben! Scheiße, Mann! Bist du vorbeigelaufen? Ja, anscheinend schon. Boah, guck mal da in den Fingerkupper. Ne, das sollte man eigentlich nicht hingucken. Ja! Ne, was ist das? Ach, das ist die Sicherung gewesen! Genau, das hast du da vorhin auch... Okay, also zwei haben wir dann jetzt schon. Gleich gesagt, das war keine Batterie. Das ist eine Batterie. Oh, es geht wieder voran. Freunde, wir sind wieder im Spiel. Ja, wir kommen jetzt nicht raus, oder? Ne, leider nicht. Na gut, also wieder weg. Hat Treppenhaus jetzt von uns aus gesehen? Ne, das so. Guck da, das ist sch... Ja, aber ich glaub wir können... Da! Neue Batterie. Können wir nicht durch die Mä 13 durch? Ich mein, das sind nur... Oh, da ist jemand. Ja, ist schon klar. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hin mussten. Hm? Weißt du das noch? Äh, nö. Fuck it. Puh... Guck mal, rechts ist eine weiße Truhe, glaub ich. Das ist ein Schreibtisch. Nee, nee. Aaaah. Ich glaub es wäre wieder schlauer gewesen, hätten wir ihn reingelassen. Ja... Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir hin müssen. Haben wir jetzt zwei Sicherungen oder drei? Zwei. Zwei. Und zwei Batterien. Was ist das? Wieso kann der Spacken uns immer folgen? Und in den Schrank. Oh, das ist doch verhext, oder? Wo laufen wir jetzt lang? Am besten in die richtige Richtung. Er ist weg, wir sind. So gut. Rechts sind die Treppen. Geh bitte nach rechts. Ja, ja, weiter. Einmal schnell wechseln. Haben wir hier nicht schon? Von da kamen wir. Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das mit diesen Sicherungen? Achso, genau, da hat er gesagt, dass wir uns weiter oben treffen. Nee, dass wir von weiter oben zu ihm hinkommen. Meine ich ja. Und dann sind wir hier rein, genau. Hier waren die Sicherungen. Wo ist er? Sie genauso wenig wie du. Ja, wo kann denn die letzte sein? Ja, die kann überall sein. Die anderen waren ja auch überall irgendwo. So viele Räume gibt's ja hier auch nicht. Ach ja, jetzt sind wir wieder auf diesen scheiß Gang. Da ist der eine Psycho wieder. Hier drin vielleicht? Da hatten wir die andere vorhin. Ja. Ja, aber, hä? Äh, keine Ahnung. Im Schrank? Du musst doch verstecken. Vielleicht solltest du dich verstecken. Schlüpfrig. Oh, lass uns diese letzte verdammte Sicherung doch bitte schnell finden. Oh, lass uns diese letzte verdammte Sicherung doch bitte schnell finden. Scheiße. Hier ist die nicht. Kommt wieder. Ich versuch mal zu gucken, ob die hier irgendwo ist. Ja, ich guck die ganze Zeit vor. Nein. Ach, Mann. Aber ich glaube, da kann man hoch, recht. Hoch, recht. Oh, nee. Das ist auch nur dieser komische Schacht. Komme mal. Ey, ich will das Teil jetzt ... Oah! Scheiße! No! Und es gehen natürlich auch die Batterien, die nun wirklich flöten. Warte mal, da links an der Wand, links, links ist... Genau da, wo du stehst, nach links rüberleuchten. Hier? Ne, warte mal. Es sah aus, als hätte es gelb geleuchtet. Das ist eine Batterie. Ach so, oooh! Mann! Waren wir hier schon mal? Ne. Hey, was ist das? So, manchmal habe ich das Gefühl, dass so ein paar Sachen erst da sind, wenn wir andere Sachen... Also, wenn wir woanders waren bisher. Hä? Also, wenn da jetzt nicht die dritte Sicherung ist, ne? Ja, hier muss sie ja sein. Da. Ja, also. Also, ich frage mich, wer von diesen halbnackten Menschen und Maklern die Sicherung rausnimmt und innerhalb von drei Räumen einfach mal so verteilt. Ja. Das ist total bescheuert. Okay, wir haben alle Sicherungen. Wir haben sogar noch eine Batterie jetzt gefunden. Und er ist da. Oh, verschwinde! Ich muss sagen, er geht mir wirklich... ... ein bisschen... ... ein bisschen... in die H speaking aus 혹idsinnen gehen. Okay, dann... Hier kann ich mal die Ste dejacken werden. Nein! Ja, spring hinterher! Geht das? Leider nicht Jetzt müssen wir halt wieder runter Ah, und dann von unten den abfangen, oder was? Ja, schlafen wir nicht Jetzt müssen wir nur wissen, wo er dann ungefähr gelandet ist Okay, kurz lesen Aha Oh nein Oh nein